Seit 23 Jahren sind wir Ihr Ansprechpartner für innovative Techniken und Entwicklungen. Seit ca. 10 Jahren beschäftigen wir uns sehr intensiv mit dem Thema erneuerbare Energien. Im Bereich Wärme haben wir für Sie Luftwärmepumpen, Infrarotheizungen und thermische Solarmodule im Angebot. Energieeffizienz wird im Bereich Elektro sehr groß geschrieben, bedeutet für Sie Kosteneinsparungen von bis zu 60%. Die Zukunft ist sauber, leise und effektiv, darum haben wir auch Elektroroller für Sie im Angebot. Des Weiteren erhalten Sie bei uns die komplette Bürokommunikation. Wir verstehen uns aus der Region für die Region.